Hier ist sie. Die neue QVC Beauty Box. Acht ausgewählte Produkte. Von Pflege bis Dekorativ ist alles dabei. Schonende Reinigung bei voller Pflegepower. Der Gartino Gentle Silk Cleanser und Toner. Gartino ist eine wirkstoffreiche Institutskosmetik aus Frankreich. Und mit großen Institutsmarken geht es weiter. LMS aus London und der beliebte Collagen Cleansing Bar. Und wir bleiben bei Hightech und Luxus aus dem Institutsbereich. Dreimal Active Night Fluid. Ein Präparat aus dem Hause Barbour, dem Erfinder der Wirkstoffhampol. Pflege und Schutz von Problemnägeln bietet das Nagelserum von Alessandro. Und der Ruby Pink Gel Coat von Perfect Formula baut unsere Nägel mit einer stärkenden Proteinschicht auf. Inklusive aufhellendem Sofort-Effekt. Der Gel Coat kann auch als Base getragen und jederzeit mit einem Farblack getoppt werden. Und das habe ich direkt ausprobiert mit dem enthaltenen Nagellack von Leight & Danny. Zum Schluss noch ein perfekter Rosenholzton. Soft Rose von 2020 Vision ist in regulärer Größe dabei. Und wie immer gilt, nur solange der Vorrat reicht.